Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Picher, ich bin Psychotherapeut und behandle auch alkoholerkrankte Menschen. Der Alkohol ist eine der häufigsten Volkskrankheiten in Mitteleuropa. Er ist zuerst ein Genussmittel und ein Grund zur Freude, man trinkt Alkohol, um einfach auch ein Fest zu feiern und der Alkohol an sich ist was Schönes und auch was Gutes. Wenn ich den Wein genießen kann, wenn ich den mit dem Sekt anstoßen kann, dann freue ich mich und dann ist es auch was Wunderbares. Wenn der Genuss immer weniger wird und der Griff zum Alkohol immer mehr zur Gewohnheit wird, dann verliert sich langsam die Freude und die Genussfähigkeit. Und je weniger ich dann genießen kann, je weniger ich auch frei entscheiden kann, ob ich jetzt Alkohol trinke oder nicht. Wenn die Gewohnheit immer stärker wird und ich eigentlich die Kontrolle über den Alkohol verliere und plötzlich der Alkohol mich hat, dann gerate ich hinein in Richtung Sucht. Und die voll ausgeprägte Sucht ist dann, wenn ich einen Zwang habe trinken zu müssen, auch wenn ich längst merke, es tut mir nicht mehr gut zu trinken und ich will auch eigentlich gar nicht mehr trinken, aber es geht nicht mehr nicht zu trinken. Soweit der Weg hinunter in die unfreiwillige Versklavung an zum Beispiel den Alkohol. Wenn wir uns heute ein bisschen noch näher den Alkohol ansehen, dann hat er sehr viele schädliche Komponenten und er schädigt viele Bereiche im Körper. Und ich kann entweder mit dem Hirn saufen oder ich kann mit der Leber saufen. Entweder wird vor allem das Hirn geschädigt und ich baue stark eben auch an Gedächtnisleistung ab, auch an Hirnleistung allgemein. Oder ich kann die Leber und die ganzen inneren Organe so belasten, dass eben die inneren Organe immer schlechter funktionieren, weil sie einfach überfordert sind mit der Ausscheidung des Giftes. Was tun, wenn ich merke, ich bin zunehmend süchtig, ich kann nicht ohne Alkohol leben? Wichtig ist es, sich Hilfe zu suchen. Oft gelingt es nicht alleine. Und es ist entscheidend, dass man jemanden sucht, der eben differenziert mit Alkohol umgehen kann. Und ich halte mich da an die vier Alkoholtypen nach Lesch. Otto Lesch ist in Österreich einer, der sich sehr jahrzehntelang sehr erfolgreich mit Alkoholentzug beschäftigt hat. Und er hat im Laufe seiner Forschung ein Therapiekonzept entwickelt und hat diese vier Alkoholtypen beschrieben, die wichtig sind zu unterscheiden. Der erste Alkoholtyp ist von Kindheit an schwer geschädigt. Schon im Mutterleib hat er Alkohol bekommen, weil die Mutter auch während der Schwangerschaft getrunken hat. Es war der Alkohol immer selbstverständlich, von Kindesbeinen an, hat immer die Eltern trinken gesehen oder rundherum seine Umgebung hat getrunken. Und es war vieles vom Alkohol selbstverständlich bestimmt. Und er hat auch sehr gelitten unter den Alkoholeinwirkungen der Erwachsenen, Streit oder Aggression oder Delirium, was auch immer. Da gibt es eine breite Palette. Und weil dieser Typ 1 Alkoholiker von jeher so viel Alkohol mitbekommen hat, ist es für ihn auch ein logischer Prozess, auch zu trinken. Eher Spiegel zu trinken, immer eine gewisse Menge zu haben. Er beginnt auch schon früh zu trinken und kann ganz schwer aufhören. Der Typ 2 ist der Angst- und Konfliktlösungsmensch, der viele Ängste hat, der die Konflikte nicht gut lösen kann. Und der deshalb dann zum Alkohol greift, um die Angst zu verdrängen und um den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wenn er Unterstützung bekommt und wenn er eine Möglichkeit sieht, rauszukommen aus diesen Ängsten, aus diesen Verzweiflungen, in denen er drinnen ist, dann ist eine gute Möglichkeit, dass er auch hier dann wieder rauskommt aus diesem Typ 2 Alkoholismus. Wichtig ist, die Ängste zu bearbeiten und die Konflikte anzugehen. Der Typ 3 trinkt, um zu dämpfen, um nicht zu viel spüren zu müssen und um seine latente oder tatsächliche Depression nicht wahrzunehmen. Sinnlosigkeitsgefühle, innere Verzweiflung, Aussichtslosigkeit und bis hin zu Selbstmordgedanken sind bei ihm permanent da. Und er gebraucht und dadurch missbraucht den Alkohol als Antidepressivum. Wirkt am Anfang auch ganz gut. Er wird lockerer. Er bekommt auch die Erfolge des Alkohols am Anfang sehr gut zu spüren. Er kann auch wieder besser einschlafen, er entspannt sich. Nur bald dreht sich das um. Er kann schlechter schlafen oder gar nicht mehr schlafen und er entspannt sich auch nicht, sondern er wird eher aggressiver. Ist aber dann schon meistens abhängig und kommt dann nachher nicht mehr raus. Und das Einzige, was überbleibt, ist die Dämpfung. Die Dämpfende Wirkung beim Typ 3 ist dann der Bereich, der dann auch bleibt und mit dem er sich immer mehr versucht zu dämpfen, um nicht auf die Probleme in seinem Leben und auf die Depression aufmerksam zu werden, sondern versucht auch die weit aus dem Leben zu verbannen. Der Typ 4 nach Otto Lesch ist derjenige, der körperliches Verlangen hat aufgrund seiner Konstitution. Es gibt eben auch ein Transgenerationales Trinken. Es gibt auch Trinkverhalten, das vererbt wird. Auch natürlich durch Abschauen. Die Kinder schauen es ab. Das ist ähnlich wie beim Typ 1, der von jeher auch gesehen hat, dass Alkohol selbstverständlich ist und dass er permanent mit Alkohol umgeben ist. Meistens fängt die Trinkgeschichte schon vor dem 14. Lebensjahr an. Und das ist ein Typ, der auch gar nicht vom Trinken wegkommen will und dem es eigentlich auch überhaupt keine, für den es wenig Sinn Perspektiven gibt. Der eigentlich für den Alkohol lebt und der auch alles tut, um auch Alkohol zu beschaffen. Und er ist ja wirklich einer der schwersten Suchtypen, die einen großen Mangel haben und eine ganz große Ersatzbefriedigung im Alkohol suchen, da auch hemmungslos trinken, Koma trinken und auch gar keine Motivation haben, wirklich aufzuhören. Diese Gruppe ist am schwersten zu therapieren, weil sie oft gar keinen Willen hat zum Therapieren. Das ist bis zum Delirium, bis zu epileptischen Anfällen wirklich ganz schwere Alkoholabhängigkeit. Hier braucht es auch unbedingt Medikamente und bei den anderen Typen auch, aber beim Typ 4 auf jeden Fall, sonst ist da wenig Chance rauszukommen. Bei nicht allen der vier Typen muss lebenslang auf Alkohol verzichtet werden, aber natürlich bei Typ 1 und 4 ist absolute Abstinenz notwendig, weil sofort sonst wieder die körperliche Abhängigkeit anspringt. Bei Typ 2 und 3 ist vor allem die psychische Abhängigkeit im Vordergrund und wenn die psychische Abhängigkeit gut bearbeitet ist und die Auslöser für die Sucht gut bearbeitet sind, ist durchaus bei Typ 2 und 3 möglich, wieder das eine oder andere Glas zu trinken, aber eben kontrolliert und mit einer guten Selbstwahrnehmung, während bei Typ 1 und 4 es nicht anzuraten ist, jemals wieder auch nur eine Rumkugel oder ein Punschkrapferl zu essen, schon rein, der Geruch vom Alkohol kann wieder so stimulieren, dass diese Menschen komplett hineinkippen. Wichtig ist zu wissen, dass alle vier Typen ein Leben lang alkoholiger bleiben, dass sie nie vom Alkohol frei werden, dass es im Gehirn eingespeichert ist und dass jede von diesen vier Typen ein Leben lang sich hüten muss vor dieser doch sehr gefährlichen Droge, die ihm sehr viel Lebensfreude und auch Lebensqualität und auch Beziehungen und auch Geld gekostet hat und der Alkohol ist und bleibt ein sehr ernstzunehmender Feind, vor dem man sich sehr hüten muss, der nach wie vor sehr gefährlich ist, auch für Typ 2 und 3, für 1 und 4 sowieso. Und es geht darum, Schritt für Schritt an sich zu arbeiten, dass man rauskommt und der Weg ist sicher steinig, aber mit Unterstützung ist es möglich, dass man die richtigen therapeutischen Schritte setzt. Bei Typ 2 und 3 geht es um Sinnfindung, um neue Sinnfindung und um Angstbearbeitung und um Depressionsbearbeitung, dass man sich dem Leben stellt und nicht versucht, das Leben zu dämpfen und sich selbst aus dem Leben zu stehlen, weil man den Lebensdruck oder die Erwartungen, das Leben an sich stellt, nicht aushält. Und der zweite, also der zweite Typ 1 und 4 geht es wirklich darum, zu erkennen, und das ist schon mal sehr, sehr schwer, wie schwer abhängig ich bin und wie ernst es mit mir steht, wie sehr ich auch in Gefahr bin, auch am Alkohol zu sterben und eben auch dement zu werden oder andere Krankheiten wie eben erhöhte Schlaganfallanfälligkeit und viele andere Nebenerkrankungen oder Folgeerkrankungen eben dann auch zu haben und mit Unterstützung den Kampf anzugehen, um rauszukommen und den Alkohol wirklich zu entfliehen. Hier kann man wirklich von entfliehen sprechen, weil das ist ein starker Partner, dieser Alkohol, vor dem kann man ruhig auch Angst haben, der Typ 1 und 4. Der Typ 2 hat große Angst vor anderen Dingen, aber weniger vor dem Alkohol und da geht es auch ein Stück darum, Respekt vor dem Alkohol zu haben, aber nicht mehr wieder in diese Angstspirale reinzukippen, die der Auslöser war, dass er überhaupt zum Alkoholtrinken begonnen hat. Bei 1 und 4 geht es wirklich darum, sich zu hüten davor. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie es liken oder einen Kommentar schreiben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.